hallo zusammen ja wir sind jetzt hier in münster kirmespark und sind gerade angekommen um jetzt nur machen die auf wir durften schon ein paar minuten vorher rein und jetzt filmen wir mal oder einfach mal einen rundgang hier hier hat man wirklich mal das gefühl wieder von von kirmes so nicht so alles so weit auseinander die buden stehen schön zusammen man hat das gefühl man ist jetzt wieder auf dem münster send macht einen guten eindruck gefällt uns sehr gut ja krumm und schief stand auch in dortmund kommt ja immer wieder gut an hier gibt es auch mal blumenkohl ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Wow. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Am Schluss. Das ist der Eingang.